Dieses Zitat von Henry Kissinger lautet wie folgt, Bruno Kreisky verstand es als kluger und einfühlsamer Bundeskanzler, die formelle Neutralität seines Landes zu einer Einflussposition weit über die Größen desselben auszuweiten. Zitat Ende. Also ich bleibe jetzt einmal kurz bei Bruno Kreisky, weil dieser Bruno Kreisky, den Henry Kissinger hier angesprochen hat in diesem Zitat, das war tatsächlich ein großer österreichischer Staatsmann. Wenn ich das so salopp formulieren darf, dann würde ich sagen, das war ein anderes Kaliber, dass die Handelnden, die jetzt da zugegen sind und die heute am Vormittag auch zu Werk gewesen sind und zu Werk gegangen sind in den Räumlichkeiten des Parlaments, nicht einmal ansatzweise heranreichen. Und das ist einerseits eine persönliche Tragödie für die Handelnden, aber das könnte uns ja alles egal sein. Das viel Schlimmere ist, dass es ein unglaublicher Schaden und ein unglaubliches Unglück für die österreichische Republik ist. Verantwortungslose Politiker einer Einheitspartei zerstören Hand in Hand dieses große und eigentlich unschätzbar wertvolle Neutralitätserbe der Republik Österreich. Das ist das, was gegenwärtig passiert und was heute einen traurigen Höhepunkt mehr gefunden hat. Und in der Zwischenzeit, man kann das so sagen, ohne dass man übertreibt, haben wir einen Punkt erreicht, wo NATO-Staaten wie zum Beispiel die Türkei oder Ungarn mehr Neutralitätspolitik machen, als es das neutrale Österreich macht. Und mit diesem großen politischen Erbe, mit diesem neutralitätspolitischen Erbe wird natürlich auch ein wesentlicher Teil unserer Sicherheitspolitik ruiniert, genauso wie natürlich damit unser Wohlstand ruiniert wird. Und es ist immer, immer die österreichische Bevölkerung, die dann für diese Scheinmoral des politischen Systems die Zeche zu zahlen hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017